Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Tagesenergie am 10. August 2019 nach Maya-Kalender Wir befinden uns gerade im 19. Welle und das dauert bis 14. August 2019. Diese Welle heißt Men, bedeutet übersetzt Adler. Der heutige Tag ist der neunte Tag dieser Welle und steht als Tagesenergie in Einfluss von Akbal. Akbal bedeutet Nacht. Wie sollen wir das alles verstehen? Wodrauf sollen wir achten? Wir sollen gerade unser Leben aus einer höheren Perspektive betrachten. Wir können diesen Weitblick genießen. Es öffnet sich gerade neue Türen. In dieser Zeit bekommen wir auch eine wichtige Botschaft. Und das gilt bis 14. August. Die heutige Tagesenergie, überlegen, was schränkt uns ein? Wie können wir über unseren Schatten springen? Dann brauchen wir auch einen Überblick über unsere Lebenssituation. Was sollen wir zum Ende bringen, damit etwas Neues entstehen kann? Es ist zwar die Zeit einer Übergangsphase, trotzdem ist wichtig, Ziele zu setzen, auf unserem Träume vertrauen. Die heutige Tagesenergie steht im Einfluss von Akbal. Und Akbal bedeutet Nacht, steht in Verbindung zu unserem Träumen und unserem Unbewussten. Die heutige Energie ist gleichzeitig ein Heilenergie. Und so könnte ich die heutige Tagesenergie beschreiben nach Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Eure Dendera Susanna Medici